Chikyasana mit Urdhva-Badha-Hastasana, auch genannt, Urdhva-Badha-Hasta-Chikyasana. Die Buchstandstellung mit gebundenen Händen oben. Mario zeigt, wie es geht. Ausgangsstellung ist die aufgerichtete Stehhaltung. Von hier gibst du ein Bein nach vorne, zum Beispiel das linke Bein. Dann hebst du die Arme und faltest die Hände. Und dann drehst du dich nach links. Du drehst dich so weit, wie du kannst. Und so ist es eine gute Drehung der Wirbelsäule und eine Stellung, die aufrichtet und Energie bringt. Urdhva heißt nach oben, Bada heißt gefaltet, verschränkt und Hasta heißt Hände. Ist also die Stellung der aufgerichteten, gefalteten Hände. Chikyasana ist die Buchstellung, ohne dass klar ist, wo der Ausdruck Chiki tatsächlich herkommt. Also vom Sanskrit her ist manchmal nicht klar, woher ein Wort kommt, das in einem Asana ist. Aber es ist jedenfalls die Buchhaltung, Buchstandstellung mit erhobenen, gefalteten Händen. Mehr zu diesem Asana und zu allen Stehhaltungen findest du auf wiki.yoga-vidya.de Also vom